Liebe Freundinnen und Freunde, in diesem über 200 Jahre alten Fachwerkhaus leben wir, meine Familie und ich. Wir haben das damals zu einem Zeitpunkt gekauft, als es hier im Dresdner Norden in Klotsche noch Häuser gab, bei denen es durchs Dach geregnet hat. Dafür waren sie auch nicht so teuer. Und wir haben uns in den ersten Nächten dann einfach im Bett umgedreht. Unsere Kinder sind zwischen vielen Lehmeimern aufgewachsen, weil wir hatten immer irgendwelche Wände zu verputzen. Und ich konnte meine Tischlerleidenschaft voll ausüben, denn hier gab es immer was zu bauen und zu renovieren. Irgendwann habe ich in dieser Werkstatt hier angefangen, Aufträge von anderen Menschen anzunehmen und dann auch noch meinen Tischlermeister nachgeholt. Ich habe mich spezialisiert auf Massivholzmöbel und da baue ich sehr gerne diese Verbindung hier ein, denn die guten Verbindungen, die halten und wirken. Und dann bin ich irgendwann zum Frauenstammtisch der Bündnisgrünen gegangen. Es hat mir sehr gut gefallen, es war sehr interessant und ich bin dann bei Bündnis 90 die Grünen eingetreten. 2014 kam dann eine Kommunalwahl und ich habe festgestellt, hier im Dresdner Norden gab es niemanden, der bereit war, für den Dresdner Norden anzupräten. Deshalb bin ich dann auf Platz 1 gelandet. Kurz danach gab es für mich das erste Mal eine Plakatieraktion. Wir haben uns um Mitternacht getroffen auf der Straße, die damals noch sehr kleine Grüne Nordrunde und dazu noch Freunde und Bekannte und die Familie haben die Plakate unter uns aufgeteilt und überall plakatiert. Und am nächsten Morgen hing überall Plakate, es sah krass aus. Entgegen aller Prophezeiungen bin ich auch tatsächlich dann in den Stadtrat gekommen und ich durfte den Bereich Bildung übernehmen, weil ich jahrelang Elternratsvorsitzende hier in der 84. Grundschule in Hellerau war. Eine meiner ersten Aktionen war, dass ich zum Schulverwaltungsamtsleiter gegangen bin, unter anderem mit der Schulbauleitlinie. Er hat daraus eine Beteiligungsrunde gemacht, aber uns Stadträtinnen und Stadträtin nicht eingeladen. Ich bin einfach trotzdem hingegangen und am Ende gab es dann eine viel größere Beteiligung und eines Abends saßen wir zusammen in der Runde und da waren auch Vertreterinnen und Vertreter des Landesamtes für Bildung oder der Architektenkammer und wir waren uns in einem Punkt alle einig. Beteiligung bei Schulbau muss ab Phase 0 beginnen. Das hat Eingang gefunden in die Dresdner Schulbauleitlinie. Die setzen wir jetzt um. 2019 bin ich wieder in den Stadträt gekommen und seitdem darf ich den Bereich Mobilität vertreten, der schon immer ein Herzensthema von mir war. Ja, ich finde es eigentlich am interessantesten oder am angenehmsten, mit vielen anderen Menschen zusammenzuarbeiten, weil zusammen macht es mir Freude und man erreicht auch viel mehr und bessere Ergebnisse. Deshalb war ich immer schon aktiv in der AG Mobilität und Verkehr, bin jetzt Sprecherin der LAG und bin aktiv in der BAG. Wir haben eine sehr aktive Nordrunde hier oben und sogar noch eine kleine Verkehrsrunde überparteilich gegründet und im Ergebnis zum Beispiel zwei Zebrastreifen bei uns hier oben. Jetzt möchte ich für den Sächsischen Landtag antreten, für Bündnis 90 Die Grünen, weil ich möchte mich für Klimaschutz und Verkehrswende einsetzen. Die Themen, die mich am meisten interessieren, sind einmal natürlich das Mobilitätsthema, dann die Energie und natürlich das Handwerk. Außerdem bin ich Diplom-Biologin mit Spezialisierung für Ökologie und Botanik. Deshalb interessiert mich auch Naturschutz sehr. Ich möchte für ein Direktmandat hier im Wahlkreis kämpfen und ich habe ein Votum des Kreisverbandes Dresden für einen Listenplatz. Ich würde mich über euer Vertrauen oder eure Stimme sehr freuen. Vielen Dank! Vielen Dank!